Die IAA Mobility steht vor der Tür, viele Hersteller heben sich die Highlights für die Messer auf. Spätestens dann erwarten wir ein kleines Feuerwerk der Enthüllung, doch einige Themenfelder können wir schon mal anteasern. Male, ein führender Anbieter von Automobiltechnologien und Erstausrüster, hat laut eigener Aussage einen bedeutenden Fortschritt der Batteriekühlung erzielt. Das schauen wir uns natürlich an und begrüßen euch damit auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Wir laden mit Maingau Autostrom. Weitere Informationen zu unserem Ladepartner findet ihr in der Infobox verlinkt. Und heute geht es auch um die Batterie, denn Male stellt auf der IAA Mobility eine neue Kühlplatte vor. Inspiriert von der Natur und ihrer Fähigkeit, Herausforderungen effizient und perfekt zu bewältigen, hat Male eine Batteriekühlplatte mit bionischer Struktur entwickelt. Die bionische Struktur der Kühlkanäle, die der Natur nachempfunden ist, verändert den Fluss der Kühlflüssigkeit. Dies führt zu einer verbesserten thermodynamischen Leistung und strukturmechanischen Eigenschaften. Die Ergebnisse sollen beeindruckend sein. Man erwartet eine Steigerung der Kühlleistung um 10%, eine Reduzierung des Druckverlusts um 20% und eine Verringerung des Materialeinsatzes um 15%, was zu einer CO2-Einsparung von 15% führen kann. Win, win, win. Nun gut, wir wissen noch nicht, was die Kühlplatte kostet. Was wir aber wissen, ist, dass die Naturlösung bietet, die technische Geometrien übersteigen. Die neue Batteriekühlplatte nutzt natürliche Strukturen wie die Korallenform und soll so herausragende Vorteile in der Kühltechnik und Strukturstabilität bieten. Dazu muss man wissen, dass die Batteriekühlplatte eine entscheidende Rolle bei der Temperaturregelung von Lithium-Ionen-Batterien spielt, da diese sehr temperaturempfindlich sind. Die gleichmäßige Temperaturverteilung über alle Zellen ist von größter Bedeutung. Mahles neuste Entwicklung steuert die Fließgeschwindigkeit des Kühlmittels bedarfsgerecht, insbesondere bei geringen Temperaturunterschieden, um die Wärmeübertragung zu verbessern. Dies reduziert die Temperaturspanne umhalte durch fest 50% und senkt insbesondere die Spitzentemperaturen. Zusätzlich bietet die bionische Struktur konstruktive Vorteile. Eine höhere Steifigkeit ermöglicht den Einsatz von Batteriekühlplatten mit geringeren Materialstärken, was ihre Effektivität weiter erhöhen soll. Dies trägt auch zur Nachhaltigkeit bei, indem neue Fertigungsprozesse mit weniger Energie- und Materialeinsatz ermöglicht werden. Also, wir sind gespannt, wann die neue Kühlplatte sich zum ersten Mal beweisen darf, welcher OEM diese einsetzen wird und welche natürlichen Lösungen noch zum Einsatz kommen werden. Die Natur steckt voller Wunder, eventuell werden wir noch weitere entdecken. Was sagt ihr zur bionischen, korallenförmigen Batteriekühlplatte? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare, hinterlässt auch gerne ein Abo und natürlich ein Like. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion, euer Jens. Ciao. Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.